bruder wo gehe ich denn jetzt hier los zeig mir was du drauf hast hallo herzukommen auf hänger ist da nur gaming und heute schwimmen wir wieder wie ihr sehen könnt eine lego city undercover und wir drücken auch direkt auf fortsetzen und legen los hat dich gerade im fernsehen gesehen saß etwas blass aus hast du was rausgefunden ja muss ins albatross gefängnis hast du eine ahnung wie ich da hinkomme der chief wird das nicht gerne hören er hat die ausbruchsakte bereits geschlossen und wenn er davon nichts erfährt keine ahnung ich frage mal warte gibt es vielleicht ein weg ohne dass jetzt schief davon erfährt okay stimmt einen weg gibt es zuerst musst du auf die fähre am steg hinter der polizeistation und dann sagst du dem chief nichts davon danke frank wir sehen uns später okay viel glück und wenn du ellie siehst grüße ich von mir okay finde ein weg zur albatross gefängnis wie schön dass man das ja auch kein kennzeichnet wird ist hier ein auto ich brauche ein auto ich glaube ich glaube dieses auto ist ja oder ist dieses auto lahm ich habe es direkt richtig gemacht also das ist jetzt kapitel 3 das heißt wir sind jetzt im gefängnis ich bin ich im gefängnis sondern ich muss sagen wir haben uns doch heute morgen gesehen das ist sechs stunden her was machen sie denn hier ich wollte mal was anderes machen ich bin jetzt captain der fähre und bringe kleine und große lunken rüber zum albatross gefängnis super die fähre aber wo ist sie habe sie versenkt du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen oder jetzt muss ich wieder so stein suchen hinter der polizeistation welche von diesen super stein ich muss die fähre wieder zusammenbauen war frank wieder am steuer dieses mal nicht dann lass mich schnell eine scan software aktualisieren okay ab jetzt kannst du deinen kommunikator als datenscanner einsetzen er wird dir jeden super stein in der nähe anzeigen berühre die datenscanner schaltfläche auf dem kommunikator und folge den anweisungen nachdem ich auflege danke okay datenscanner jetzt muss ich besuchen wo hier ein stein ist oder was sollte mich wirklich mal als pirat versuchen aber ich komme da ja gar nicht rein aber ich suche noch mal ein okay vielleicht komme ich ja da mal sehen okay okay ich weiß gerade gar nicht wo ich hingehe nicht sein das ist mir los dann ach ernsthaft jetzt ich weiß nicht wo der stein sein soll da oben oder was ich glaube der ist da oben aber ich bin gerade komplett am arsch der welt soll ich denn jetzt hier wieder hoch kommen alter nein ich habe mich eingesperrt ja ich bin wieder frei ich brauche das auto geben sie mir dann aus okay so noch mal hier irgendwo soll der stein sein da komme ich noch nicht hoch ja hier ich brauche dazu einen schlüssel aber das habe ich nicht ja junge ich habe doch den stein schon gescannt alter soll ich alle drei scannen oder was ich sehe nicht so ja ich habe jetzt einen gescannt und wo soll der bitte schön sein man lass mich doch hier oben irgendwo da drinnen ach ich soll jetzt hochklettern okay mache ich einfach mal okay ich habe jetzt tatsächlich mal kurz ein bisschen gegoogelt wo denn die steine sein sollen ja hier unten ist tatsächlich einer wo ist der hafen kann ich hier rüber springen ne ne doch kann ich perfekt ja irgendwo muss ich jetzt hier gegen hauen ich weiß tatsächlich gerade gar nicht wo das ist gerade das problem hier unten ne ah hier ich das hier weghau dann seht ihr hier schon kommt hier so ein kleines aber feines dingen und ja da ist auf jeden fall ein stein wenn ich da jetzt hingehe also ich muss mal kurz selber gucken wie viele da rein müssen also wie viele ich brauche ich werde wohl eine weile hier im hafen festsetzen ich brauche ich 15.000 wie viel habe ich jetzt ah ich habe jetzt 5.000 okay gut in die weggehung so ich muss leider jetzt weiter gucken weil ich bin einfach zu blöd das zu finden selber ist jetzt zwar ein bisschen hier so mogeln aber ich bin einfach zu dumm tatsächlich das selber zu finden aber ich suche gleich auf jeden fall die anderen weiter wir machen jetzt erst mal alles kaputt bam 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 erst mal hier alles schön einsammeln so gehen wir mal hier hoch scanne mal einmal hier alles also da drinnen ah hier oben ist ja auch einer okay komm ich hier hoch ah ja hier an der seite gut die machen halt eigentlich nur alle tausend ne ist das problem ich würde sagen ich keller jetzt einfach mal hier hoch aber wie mhm ah hier komme ich hoch okay zack 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 so wir keller hier mal einfach mal kurz über 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 drauf hier zack gut jetzt habe ich noch einen mhm jetzt haben wir schon die alle also wir brauchen 15.000 von diesen weißen Dingen aber die habe ich ja nicht ne so hier drin ist noch einer aber wie komme ich denn an den muss ich hier rein oder was weil ich komme hier so nicht rein hey wie soll ich denn da reinkommen jetzt mal ehrlich okay auf jeden fall ist da noch einer drin ja den habe ich gefunden da oben ist ja auch noch einer muss ich jetzt wieder den weg gehen den ich gerade gegangen bin oder was mhm gehe ich einfach mal man so ich komme da ja gar nicht weiter hoch oh man ich hasse das immer sowas zu suchen ist hier auch noch einer drin gucken wir mal kurz da aber da ist einer ja ach hier so man dann lass mich doch hier durch so nice ich gehe mal hier nach ganz oben vielleicht ist da nämlich auch noch einer oder sowas so bitte ist da noch einer oben ja ich habe mein ziel erreicht geil gut dann können wir jetzt wieder zu dem fairen Dings gehen zack zack wird anscheinend Zeit für eine Augenklappe sonst nimmt einen ja niemand mehr ernst als Käpt'n in dieser Stadt so bau okay wow wie viel wie viel ich kriege eins von drei superbau errichtet Pumpkin habe ich freigeschaltet goldene Steine mhm ah dafür hast du einen gut bei mir komm an Bord wir segeln zum Elbatross Gefängnis ja ok vielleicht schaffen wir es diesmal sogar ja darf ich hier bitte kurz die Sachen einsammeln danke boah jo so was muss ich hier machen zur ja da will ich hin so auf geht's jo let's go ab ins Gefängnis oh wir sind sogar sogar da was habe ich gerade gesagt wir sind sogar schon da oder wollte ich sagen das ist echt auf so einer Insel ne ok dann gehen wir hier mal weiter ja daumen wie gut dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt dann lass ich mich wohl mal selbst rein und suche blue jo kann ich nicht einfach so über ne ok ok sagt 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 ich habe direkt was was man sammeln muss oder so ok ich sehe nix da und warum ist das denn hier alles so komisch ok hier ist was drin ein Schlüssel oder ja ich bin ein guter Einbrecher ich breche einfach gerade in einem Gefängnis aus äh ein nicht aus meinte ein so auf danke sehr warte hier noch kaputt machen alles ok ok ah jetzt ist das Tor aufgegangen ok aber warum muss ich jetzt in den Gefängnis gehen ich muss hier lang ok ich muss wieder was bauen ach damit ich da hochkomme ne so ok gut zack naja ist erfolgreich hier drin ok lass mich mal hier raus so was ist hier schon wieder ist hier irgendwas ne ok einmal alles einsammeln und kaputt machen hier so zack zack ok ich muss wieder anständig werden da sind sogar schon die häftlinge die ich sehe kommen wir gar nicht hoch gehen gehen wir hier mal weiter wir sammeln natürlich alle dinger hier ein die hier liegen so ich weiß jetzt absolut nicht ich muss denken wir einfach hier die ganze zeit ich muss da hoch und dann kann ich da hoch na gut jetzt bin ich auch hier drin kommen wir ja gar nicht rein hey du du gehörst in den gerichtshof nicht in den gefängnishof nicht schlecht man kannst ja richtig gut mit die worte super wo ist eigentlich euer basketball geblieben jungs so ein paar richtig fiese typen haben ihn weggenommen total nicht nett war das wenn ich euch den ball bringe lasst ihr mich dann rein kein interesse die das nicht zu versprechen doppelte verneinung das enttäuscht mich jetzt aber okay wir sind also in gestohlenen basketball zurück die frage ich mir gerade stelle ist wo soll der sein bei bedorfen also hier ist nichts ist doch wahrscheinlich hier drin oder nicht ich weiß nicht was ich hier gerade tue okay ich soll einfach nur den basketball links finden boah wofür oder wo gehe ich denn jetzt hin hier ist er doch ich habe ihn gefunden was zeigt mir was du drauf hast ich kenne meine rechte noch spiele ich nur mit dir ich werde ehrlich das ist nicht fair und tschüss ich bin ein opfer des systems so da ist ja der basketball das freut mich ich rede gleich mit dem so jetzt könnte schon sein kleiner ich bin chase man sagt du wüschtest was über rex fury rex fury der schuldet mir was weil du sein fluchthelfer warst wie kommst du denn darauf rex war mein bester kunde bis er verschwand schuldet mir noch kohle für ein whirlpool weißt du wie schwer es ist so ein ding hier reinzuschmuggeln da fällt mir ein vorsicht mit haywoods neuen wagen na geht klar blue wie ist rex denn ausgebrochen das fragt sich hier jeder aber keiner darf in seine zelle um sich umzuschauen nicht mal die polizei da ist doch was faul nun wir wollen beide dass rex hier wieder auftaucht ich hätte da ne idee besorg mir ein paar sachen aus dem schrank in meiner zelle ich rufe dich dann an das ist ein croissant man erlaubt uns hier drin keine handys das handy ist da drin gib deine nummer ein hier ich hoffe dein plan funktioniert blue freeman mir ist übel nein nein ich bin nicht freeman seine anwälte sehen das vielleicht was ist denn los haywood gefällt dir dein neuer wagen nicht alles klar gut dann gehen wir mal da rein so Leute wie wir aber das machen was ihr in der nächsten folge wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne like, abo und kommentar da schaut außerdem auf meinen discord server vorbei der ist unten in der video beschreibt schaut auch auf meinem zweiten kanal auf meinem action ist das kanal vorbei habt einen traumhaften tag haut rein und euer stando ciao 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 Where did the time go, could somebody show me Getting a rust low, you know I'm going Back at a club girl, your feelings are showing